Ich pack's nicht, du bist mein Pokémon! Dieses Pokémon heißt Pikachu. Oh, das ist genial. Ich hab wohl das Beste erwischt. Tja, mal sehen. Oh, bestimmt. Hallo Pikachu, ich bin Ash. Du und ich werden die besten Freunde werden. Auch bekannt als Elektromaus-Pokémon. Es ist ziemlich schüchtern, aber es kann wirklich äußerst elektrisierend sein, wenn Menschen es anfassen. So ein bisschen Strom halt ich aus. Schön, wie du meinst. Hier hab ich dann noch für dich Pikachus Pokéball. Oh, vielen, vielen Dank, Professor. Oh, vielen Dank. Oh, vielen Dank. Vielen Dank.